Willkommen zum ersten Mii Party Part Und wir starten es auch jetzt mal Hoffentlich kommt die Katze nicht dann zu euch Ich hoffe es Oh ihr seht mich Ist schon okay? Ist schon okay wenn ihr mich Sauber ihr seht mich Schwarzbildfenster Ist immer gut Jetzt gehts wieder bei euch Und wir machen Abenteuer der Insel Ja ein Spieler So sieht bei Mii aus Ist schon klar Irgendwie Also erst einmal machen wir hier ein bisschen schwach Beim zweiten Level Beim zweiten Level Da machen wir dann Mittel Und so weiter halt Nein ich möchte die Regeln Nicht hören Weil ich sie schon weiß Und vor jeder Runde erscheint ein Minispiel Über die Zugreihen Folge Und die Verteidigung der Bonus Würfel Eigentlich bringen die Bonus Würfel eigentlich fast gar nichts Außer Außer dass sie Gold, Silber und Ding sind Gold, Silber Und Dinges Also verwartet von mir nicht so viel Aber so gut werde ich auch nicht sein Und das sieht gut aus Jawohl, ohne einen Kratzer habe ich es geschafft Jawohl Also ich bin blau Nur zur Impfung Wann die gleichzeitig sauber Sauber, Sauber Sauber Es bleibt so wie es ist Und das ist die Reihenfolge schön zu wissen glaube ich mach dich an das sieben und da so das ist also ich hab den gold ich hab's wenigstens rüber und ich tausche ich jetzt nicht 2 1 2 3 ich kommt hier vor ihr wollt also ich hab den goldene würfel der zweite also der rote wird jetzt ein zimmern haben und die grüne wird ja eine den würfel haben es ist normal so das ist so verschwommen ist also wenn ja dann tut es mir leid aber ich mag es von richtig zu haben so will ich sagen wie es jetzt gesehen wird bei euch ein bisschen so das will ich auch behalten und wenn ich es weiter weg gebe dann würdet ihr den hand und ein bisschen mehr sehen und das wollen wir nicht wenn ich bin welches da also da folge ich eigentlich meistens welche weil da kommt eigentlich nur Schwachsinn raus also wenn wir jetzt drei da dann ist das okay gut der eine ist schon mal weg anleck mich blöde Kuh ahaha selber schuld ja jawoll ja tschüt tschüt gut 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 also ich fand das jetzt sehr gut wir wollen die tauschen okay also gold silber und der andere bekommt nur ein ich weiß jetzt vier fünf oder sechs schürfen ach lebe mich doch was das werde ich vielleicht so lange da bleiben bis ich noch in kommen und dann mich überholen so okay jetzt hat es jeder rüber geschafft jetzt wird Bier tauschen ich habe eh nichts vor von daher okay dann bin ich gut da bin ich richtig gut die wackeln das ist schön rum ich bleibe das so schön hä lol jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst das sind die die obwohl schaffen die das überhaupt das Tor aufzumachen das will ich hoffen vor Junge jetzt sieht die schon wieder nicht aber jetzt wieder also ich hoffe man sieht das nicht weil das ist wirklich blöd nein sie darf sich schaffen sonst das schafft sie weiter sonst würde die fliegen wie ein Vogel oh sieht ihr das was schwimmt oh süß 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 3 3 pasch kommt noch der 3 oh schade oh schade nein die dürfen es alle nicht schaffen das ist ehrlich naja ok dann sieht er auch mal was passiert wenn was passiert also jetzt wenn man fliegt bei dem roten schmeiße dich einfach wieder zurück Ach, jetzt weiß ich, was der... Jetzt weiß ich, was der... Junge, das ist doch sau fies. Der, was so ein Bronzenwürfel hat, der kann nur der 1, 2 und so ein Würfel sauber. Also, das find ich richtig Hammer. Okay, ein blödes Spiel, aber nicht so schlimm. Also, nicht so schlimm. Fünf. Leck mich doch, musst du nicht gleich haben. Blöde Kuh. Wenigstens nicht. Letzter. Hallo. Chinesi. Hihihi. Wollt ihr dann der 1? Jawoll, gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Yay, yay, yay. Ist das jetzt wirklich so? Ja, 1, 2. Ja, 1, 2, 3. Sauber, aber das ist richtig fies. Also, wenn ihr das seht, der Bronzenwürfel, der macht nur 1, 2. 3. Und das will man ja 1, 2, 3. Sauber. Naja, wenigstens hab ich Gold. Darauf bin ich froh. Nein, ich komm in die Hölle. Leck mich doch, aber. Ja, egal. Die Hölle muss sich auch noch vorstellen. Hallo Hölle. Ich mach gerade das rein. Du komm auch mit, ich sag's dir. Leck mich doch. Die kommt doch alle vor, ich fliegt da rein. Buu. Schlecht. Ja, noch fieser. So! Glückstreffer, Glückstreffer, okay, okay, ich verstehe, hat sie geschafft, die blöde Kuchen, der hat glaube ich zu viel Glück, zu viel, zu viel Glück, ich bin ja als einziges in der Hölle, stimmt gar nicht, da kommt noch eine mit dazu, jawohl, bist du auch reingeflogen, da wo ich reingeflogen bin, das ist ein bisschen blöd, nein, da muss man richtig aufpassen, man muss nur Otto fotografieren, ein Ufo fotografieren, du musst halt warten, das ist halt das Blöde, du bist gut, jawohl, jawohl, es sieht so aus, als würde man alles gleich, also das hat so ausgesehen, als würden alle gleich starten, aber dabei ist es gar nicht so, nein, komme ich raus, oder, ja, ich komme raus, jawohl, ich komme sogar noch ein zweiter, ich komme wieder weiter, ich komme auch vor, jawohl, aber dass das sich nicht verletzt, wenn er da runterfliegt, und wenn er auf dem Boden ankommt, ob die das bemerkt haben, naja, ok, schick dich hinter, hopp, schick dich hinter, und jetzt sieht er ja eine 5, und das wird so 4, aber ist doch du schuld, nicht wir, habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass die alle blöde Namen haben, ja, und ich werde da wieder in die Hölle fallen, das weiß ich jetzt schon, also als 2 zum zweiten Mal, bin ich eigentlich immer meistens reingeflogen, in diese Hölle, und braucht jetzt der 4, dann wird es hier rauskommen, ihr seht, meine Sklitzart, da könnte man sogar schon rausgehen, aber ich hatte goldene Würfel, deswegen ist es nicht so wahrscheinlich, ok, schon 15 Minuten, jetzt bin ich blau, nicht mehr rot, oh, mein Puder, der was die Bälle schmeißt, oder schießt, was sind die blöden, ich habe ja nur hier mal einen, außer die gelben, so ist sogar noch ein Mädchen, wenn eine Frau, eine Frau, die muss ein Tor schießen, hä, naja, egal, ich habe hier schon gewartet, also Junge, man muss bedenken, der andere Mann, der hat eigentlich gar keinen Punkt geschafft, und die Mädchen sind, naja, egal, 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 also merkt euch, ich fliege runter, von daher, bringt es das eigentlich alles gar nicht, also bringt es wirklich nicht, weil da fliege ich eigentlich meistens runter, aber dieses Mal habe ich Glück, aber, sonst wäre ich eigentlich meistens runtergeflogen, leider, leider, muss ich sagen, zugeben, aber das wäre jetzt Glückssache bei mir, nein, boah, zu Glück, du kommst schon noch weiter weg, ich sag's dir, kommst du da, wo ich jetzt keine Glück hatte, hin, wenn du das sogar noch schaffst, dann komm ich mit einem Wirbelsturm an und du kannst nochmal alles machen, vielleicht kommst du dann in die Hölle jawoll und er schafft die 5 das finde ich auch gut so 1 gegen 1 Minispiel komm mach gegen mich das macht Spaß mach ja komm oder hahaha also Abenteuer der Insel macht eigentlich schon Spaß tut der Winkel ok also es macht Spaß hey schieß ich meine Mama ab es war meine Mama die bester gesessen ist bist du dumm hallo nein jawoll wäre die reingefahren dann hätte ich sie nicht getroffen aber jawoll 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 aber ich glaub ich mach wirklich holo runter das würde wirklich nerven wenn es die ganze Zeit so anvisiert und dann wieder weg tut halt wenn einem in die Spiel kommt also ich kann nicht richtig aufpassen, weil ich hier spielen muss. Eigentlich spielen die... Ja, kommt das. Guck da halt mal zu, ganz kurz. Hey, das will ich spielen, will ich spielen. Da bin ich am besten. Glaube ich mal. Da sehe ich mir schon zwei Etagen tiefer als die gelbe. Drei Etagen tiefer, vier Etagen tiefer. Guckst du, wie die das machen? Da ist sogar der gelbe schon, äh, der rote schon schneller. Der ist doch dumm. Was macht der? Also die beide sind, äh, so... Da sieht man, ob da einer von denen gebunden hat, das ist ein Wunder. Also das ist echt ein Wunder. Da jetzt wird's wieder unscharf. Alter, das ist... Alter, das ist... Blut. Oh, bist du nicht mehr Erster? Ja, ha, 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 ha. Ich... Hab nicht mehr. So... Ach, ich will das nicht... Ja... Jawohl, von mir aus könnte der mit mir wechseln, von mir wäre das egal, ich wäre eben nur drei Schritte weg von ihm. Jawohl, drei Schritte sind drei Schritte, aber der muss jetzt alles nochmal machen. Ah, okay. Das schaffen wir schon. Die, 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 die. Ich krieg rein. Nein! Ich krieg mich doch, ich krieg keinen Würfel, ich krieg keinen Würfel. Und damit zeig ich auch, weil ich Vierter geworden bin, zeig ich auch den Tschüss, bis zum nächsten Part in Ma... äh in Minecraft. Also zum zweiten Part in Vipami. Ja. Ciao Leute. Ja. 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 Vielen Dank.